Yo, guten Morgen Leute, was geht ab? Heute ist der Tag, der große Tag, meine Operation an meinem Knie, also mein Meniskus wird operiert. Danach kann ich mein Bein endlich wieder strecken, aber es wird einige Wochen dauern, bis ich wieder zur Genesung komme. Ich würde sagen, ich vlogge immer nur kurz zu Hause oder vielleicht ganz kurz in der Klinik oder draußen, weil ich auf Gehhilfen derzeit unterwegs bin und ich kann schlicht auf zwei Krücken laufen und dabei eine Kamera halten, also ja. So Leute, ich haue jetzt gleich ab zum Bus und ja, ich würde sagen, wir haben es kurz vor Viertel, vor neun, deswegen darf ich mein letztes Glas Wasser noch trinken. Danach geht es wie zum letzten Abendmahl. Nein, Spaß. Ich zeige euch mal kurz, was ich nach der OP tragen werde. Wird mir dann vor Ort angelegt. Einmal hier. So eine Schiene. Ja, hier sind so ein paar Spritzen und Schmerzmittel drin. Und ja, warum trage ich Babyblau auf den roten Rucksack? Weil ich keinen anderen da habe. Dieses ist das gute Stück, die alten Krücken, extra für mich angefertigt, für die 2 Meter Menschen. So, ich würde sagen, bevor es losgeht, haut da rein und ich denke, ich vlogge mal, wenn ich irgendwie kurz an der Halsstelle bin oder so. Kommt gerade so ein Typ zu mir, sagt, der war halb turniert, ich halb Italiener, okay, ich sprich mich vor, ich verschicke keinen Satz. Und der sagt, amigo, amigo, du mein Knie und so. Ich denke mir, okay, ich spreche direkt zur Wundertüte, sagt direkt, du kommst so aus Wundertüt, Menistan oder so. Keine Ahnung, voll komisch, aber egal. Richtig schade. Ich fahre jetzt auf jeden Fall mit dem Bus nach Solingen und dann ab zur Klinik. Ja, was geht's? Ich bin jetzt hier gerade in der Nähe von der Klinik, also ich wollte euch nur kurz was sagen im Bus, ne? Da war irgend so eine Mutter mit ihrem Kind. Ich saß auf so einem Sitz, einfach ganz normal, die ging mit ihrem Po schon an meinen, ne? Egal. Einfach so, ich denke mir, okay, will ich dich vielleicht auf mein Knie setzen oder sonstiges? Ne, ist kaputt, egal. Ich werde auf jeden Fall jetzt gleich operiert. Ich denke, in der Klinik kann ich leider nichts filmen. Also, ist ja normal, also wer soll denn am besten schön neben OP legen? Seht ihr auch alles von meinen Knie? Nein, Spaß. Ich würde auf jeden Fall sagen, ich melde mich dann nach der OP. Jo, was geht, Leute? Ich bin hier gerade zu Hause endlich angekommen. Boah, das war Höllenschmerzen. Ich sag's euch, das sind Höllenschmerzen. Ich hab auf jeden Fall Operationes, alles gut gelaufen. Also bin ich echt mega glücklich drüber. Das Einzige, was ich hab, ist, ich hab Todesschmerzen. Ich hab hier noch irgendwie so ein Walkie-Talkie in meiner Hose, wo mit meinem Blut bis morgen dranbleiben muss. Keine Ahnung, das sieht irgendwie aus wie eine Capri-Sonne to go aus so einer dicken Hülle. Ich weiß auch nicht, also... What? Des Weiteren, ich hab echt, boah, keine Ahnung, das sind miese Schmerzen. Ich will, glaube ich, den ganzen Tag pennen. Ich hab so viel Schmerzmittel bekommen. Ich musste auch noch danach anderthalb Stunden länger bleiben als geplant, weil ich einfach Todesschmerzen hatte. Ich wurde wenigstens gut versorgt mit Essen und Trinken, also ich bin echt dankbar darüber. Des Weiteren hat mich echt ein richtig fetter Kollege abgeholt. Also ist ein echt guter Bro, Mann. Ist auf jeden Fall mega korrekt. Danke nochmal Flo an dich. Ja, wie gesagt, Leute, ich musste im Auto Tetris spielen, damit ich hinten Platz bekomme, um das mein Bein gestreckt. Ich sag mal so, ich als 2 Meter, ich hab nur Probleme. Die Liege war zu klein für mich im Kranken... in dem OP-Saal oder generell. Ich musste danach meine Füße von diesem Ding ausstrecken. Keine Ahnung, im Auto hatte ich auch keinen Platz. Ich bin einfach zu groß für diese Welt. Das ist... Keine Ahnung, ich hab nur Probleme mit meiner Größe. Ich hab nur selten Vorteile, aber naja. Ich werd jetzt, denke ich, erstmal pennen und dann zeig ich euch wahrscheinlich mal, wie es aussieht oder generell, wie ich aussehe. Peace. Yo, Leute, was geht? Ich wollte euch auf jeden Fall sagen, ich konnte gestern nichts mehr vloggen. Ich war so im Arsch. Ich konnte die Nacht nicht pennen. Ich hab vielleicht maximal eine Stunde gepennt. War dann vorhin beim Arzt. Ich bin wegen den Schmerzen immer wieder aufgewacht. Ihr könnt euch das gar nicht vorstellen. Das ist... Also die, die es hatten, auf jeden Fall. Big Respect. Das ist echt hart, Mann. Das ist richtig hart. Also, ich sag mal so. Ich hab beim Arzt gerade den Verband geweckt, beziehungsweise er wurde abgemacht und meine Schiene ist jetzt wieder dran. Und ich denke, das dauert noch ein paar Tage, bis ich ganz normal anfangen könnte zu laufen. Also mit den Krücken, alleine ohne Hilfe. Also ich brauch auch, wenn ich auf Toilette gehen will, schon Unterstützung beim Aufstehen, weil es echt... Ich kann einfach nicht laufen. Gar nicht. Und ich sag mal so. Erst jetzt weiß man zu schätzen, was wirklich gesund sein bedeutet oder generell gesund sein, wenn man das hatte. Wisst ihr, was ich meine? Auf jeden Fall. Ich bin echt dankbar, sobald ich wieder laufen gehen kann, weil ich brauch meine Beine für alles. Wirklich für alles. Egal, was ich bisher hatte für Schmerzen oder so. Sonstige Verletzungen. Beine sind extrem wichtig. Also nicht, weil man die in den Club sieht. Aber so generell so. Wisst ihr, was ich meine? Einfach... Es ist extrem wichtig. Ihr benutzt die einfach überall. Ihr läuft. Und seid echt dankbar, darüber gesund zu sein, auf jeden Fall. Ich würde sagen, ich blende euch hier nochmal kurz ein Bild ein. Das habe ich heute per Snapchat nur gemacht. Also, wie gesagt, so wie ich aussah vor der Verbandabnahme. Falls euch der Vlog gefallen hat und ihr mehr davon sehen wollt, da ich in meiner Momentanlage nicht anderes machen kann momentan, hinterlasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben und schreibt einfach mal in die Kommentare, was war euer krassester Unfall? Oder generell, wie war eure krasseste OP? Was habt ihr danach gemacht? Was musstet ihr durchstehen? Je nachdem. Und ja, ich würde sagen, haut rein. Folgt mir auf meinen sozialen Netzwerken. Beide hier verlinkt. Irgendwo. Genau. Egal. Haut rein. Und schönen Tag noch. Peace.